willkommen zu einem neuen part von pokémon schwarz 2 wir sind gerade hier immer noch beim wendeberg und wir sind an einen ort gelangt ein hausen bagger und automaten sehr mysteriöse ort keine ahnung was es hier gibt wir schauen einfach mal hier in das haus rein wer hier wo wohnt hier wohnt keiner um sich ausruhen vielleicht nein manchmal kann man ja sich in die betten im ding aber nicht aber hier ist ein pc wir aber nicht drauf gehen können leider keine ahnung was das hier für ein haus ist dachte wenn wir da reingehen erfahren wir vielleicht mehr aber leider nicht und dann geht es ja hier direkt weiter einerseits hierhin schutzburg nicht mehr egal hier ist aber kein item oder so wir haben da ein eingang da haben wir einen eingang und da geht es dann wie zurück keine ahnung eben erst mal hier rein was ist denn hier kurz noch mal topschutz aktivieren und dann einfach mal weiter schauen wenn wir hier niedrig sind auch jonas ist besiegt geht dann werde ich und das mal ganz schnell heilen ich weiß nicht in dem wir im letzten partner gekämpft haben muss wohl ein härterer gegner gewesen sein ja stimmt ich habe ja auch noch coolen kummer milch brauche ich ja kein hyperdrang einsetzen na egal durch pack auch mal mit nach vorne weil jonas ist mit mit am höchsten gelevelt und luke der bräuchte da noch mal ein paar ep hier ist ein trainer gegen den wir schon was ist mit dir magst du baufahrzeuge ich wusste es baufahrzeuge sind super stimmt es kommt zwar jetzt etwas plötzlich aber hier ist ein kleines kris für dich sind insgesamt fünf fragen wenn alle richtig beantwortet bekommst ein preis wie kommt das baufahrzeug quiz oder kurz das bfq in unserer welt des brüben für seine in die jahre gekommenen forsteten kräner hatte hier überlegen kurz maria city glaube nicht und du da auch nicht abidaya city war doch hier diese wasser stadt papier tot city oder ja so nicht voll das ist zukünftige schwimmen ach immer nur tagtäglich einmal okay hier geht's raus lol nebario city okay da ist die nächste stadt nein ein würdes pokémon shit ein stallobor kennen wir ja schon zu genüge flüchten wir auch auch nicht kommen jetzt hier danke sehr okay gut dann jetzt da auch noch mal rein musste hier jetzt irgendwo eine sarkasse geben oder so will ich mal behaupten hier geht's nicht weiter und hier geht's raus manche wege machen gar keinen sinn solche wie dieser hier der macht doch gar keinen sinn soll ja auch ein item hier versteckt sein aber ich weiß gar nicht wie ich da hinkomme es gibt ja noch einen anderen eingang da schauen wir kurz nach okay ein bildes pokémon ein onyx level 57 flucht auch flucht gescheitert ist das dein ernst komm jetzt hier danke sehr es ist ja auch nur ein onyx von daher so war noch beim letzten feld hier okay gut dann gehen wir hier in diese höhle rein hier muss es ja noch was geben da ist jemand das ist ein sein scheint du wirst unter unerwartet das bin ja das ist für dich ich habe vorhin schon ein fossil von ein dom fossil okay hier findet man ein fossil warum finde ich bestimmt noch einfach sie kommen ruhig spiele vorbei wenn du willst aha da kriegt man täglich ein fossil wenn wir ja auch gebraucht am anfang des let's place wollte ich ein das ist das hier für ein ort er sieht komplett anders aus und so ein komischer stein ja bitte schutz mal weiter aktivieren ist das wir wusste einen mit der eisschicht überzogenen felsen erstürzt und selbst zu eis okay da gibt es noch ein item was ich gerne mitnehmen die tm 71 steinkante ja geil das ist doch was für michelle müsste besser sein als ihre jetzige gesteinsattacke stärke 100 genauigkeit 80 genauigkeit ist zwar nicht die beste aber ja was hatten jetzt hier stein hagel hat genauigkeit 90 ja aber trotzdem stein steinkante ist noch mal um einiges geiler gut ja die etm hatte ich auch schon öfters im blickfeld so zu sagen aber ich habe immer nur wendelberg wendelberg gelesen törnerfahrt ähm ok da gehen wir gleich hin scheint etwas länger zu sein gehen wir doch erstmal dort oben durch die höhle immer nach und nach alles wo sind wir hier jetzt lauter stärke felsen ja ohne stärke kommen wir hier nicht weiter aber bisher haben wir noch keine stärke gebraucht was ich eigentlich auch gut finde aber irgendwann ist halt auch vorbei keine ahnung was man hier finden kann vielleicht ist das nur irgendwas geiles so gut dann gehen wir zum törnerfahrt wo sind wir jetzt laut karte würde mich mal kurz interessieren da war da und jetzt geht es direkt nach maria city was ist hier noch ist die panero hülle ok turnerfahrt mit trainern sind die noch auf unserem level oder hätten wir hier schon längst hingehen können da es hier so eine astrainer sind die wir erst im späteren spielverlauf angetroffen haben ne rangers sind das denke ich mal die werden auf unserem level sein tentante 62 jahr passt allerdings kann ich mit luke hier eher weniger was anfangen ich wechsele zu finn vier verschwäche gegen feier ein flammenwurf und er ist weg er setzt gegen stoß ein als müsste er sich natürlich ein geist pokémon einsetze aber macht nicht so viel schaden so finn flammenwurf tschüss ja keine chance auch wenn wir fünf level drunter sind so ein wenig fliebes ok ist vom typ pflanze gift nico ist auch auf lm 57 genauso wie finn aber ich lasse mal finden hier drinnen durch den pflanzentyp ist natürlich die feuerattacke auch wieder sehr effektiv reicht das für level 58 durch das möglich ja sehr schön so ein willi das war so ein ja 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 da bleibe ich am besten bei finn war glaube auch ein pflanzen pokémon oder so vielleicht sogar pflanze geiles pflanze und nicht weiß ich jetzt nicht auf jeden fall können wir jetzt haben ok was ist das für ein typ einfach mal flammenwurf weitermachen zwar werden wir ihn nicht besiegen oder doch lol ok ja gut damit ist es besiegt deine unstehbare neugier gefällt mir deshalb will ich dir auch etwas schenken eine bonus wäre so hier soll es irgendwie ein item geben irgendwo ist das dann trainer bis jetzt nicht ach da unten gibt es ein item hey trainer möchtest du mit der lore fahren jawohl dann ab die passfahrt los und wohin geht es da an einen anderen ort wir gehen da woanders äh woanders hin hier oder besser beziehungsweise ich möchte erstmal kurz hier weiterkunden da ist nämlich der nächste trainer der auf uns wartet ein item das hole ich mir erstmal ein top beleber gut was hat er denn für pokémon das waren glaube ich immer die typen die auch tram pokémon haben ne arbeiter ist das ein georock ok kann ich leider mit luke wieder nichts anfangen finde ich ein bisschen schade aber naja was soll ich machen dann mal zu jonas wechseln ja theoretisch schon mit nico kann ich hier auch kaum was anfangen ich hoffe mal da kommen noch bessere pokémon aber beim arbeiter ja gut da werden hauptsächlich steins bodenattacken eingesetzt er setzt risiko tackle ein glaub klinge jonas mach es fertig vorsicht der hat bestimmt robustheit bestimmt ne doch nicht sehr schön ein geowatz die weiterentwicklung nochmal ein stückchen stärker aber ja wenn man sehr effektive attacken gegen die hat dann sind sie keine gegner überhaupt nicht selbst er hat keine robustheit so und noch ein onyx das heißt level 59 für jonas dann ist er momentan derjenige der am höchsten gelevelt ist sehr schön ja ich hatte ja damals mal so ein paar prognosen an ja gemacht wer wirklich mit der zeit am stärksten wird und da war meine prognose ja auch schon so jonas weil einerseits natürlich der pflanzen starter gerillen starter damit der entwicklung jetzt am zweitstärksten würde ich sogar rené einschätzen und danach hm schwierig schwierig jeder hat da seine schwächen aber auch seine stärken michelle kann ordentlich reinhauen kann eigentlich so gut wie jeder hier trotzdem reinhauen wir haben ein sehr sehr gutes team das wirklich miteinander abgestimmt ist das finde ich halt auch so gut hier so ach eine server stelle nochmal eine stärkestelle ok und der nächste trainer ist die auch immer so viel labern müssen naja drei pokémon wieder ja natürlich wieder gesteins pokémon ist halt wieder ein arbeiter das ist halt eine mine und in der mine sind halt arbeiter nur nach meinem geschmack sind das einfach zu viele gesteins bohnen pokémon in letzter zeit man merkt es an nico und luke die beiden können hier nicht leveln weil einfach die pokémon dafür hier nicht da sind die luke und nico eigentlich bräuchten die luke und nico eigentlich bräuchten die luke und nico eigentlich bräuchten so erdkräfte hier schon geile attacken gefunden einmal einerseits steinkante hier die stahl attacke hier lichtstrahl glaube war das auch explosion dein ernst mit einem kapitel überlebt er und dann macht er natürlich explosion und fair so renne komm du mal nach vorne stahl aus ja aua sphäre aber auch vierfach schwäche gegen kampf generell die gesteins typen und so sind zwar geile pokémon dabei aber die sind allesamt schnell down wenn da eine sehr effektive attacke im spiel ist sozusagen nicht bei den gesteins pokémon nur mal so ein bisschen schade gibt ja von jedem typen geile pokémon zum beispiel auch bei käfer käfer ist ja auch nicht so der stärkste typ Sache ist ja am stärksten wurde ja in den späteren generationen abgespeicht mit dem fehltyp so ja gut belassen wir es mal so alter mal da an und weiter geht es da ist der nächste trainer ein ranger der hat doch hoffentlich mal andere pokémon dabei wie vorhin drei pokémon als erstes ein vorstellkar ok kriegen wir es hin ich hoffe ich weiß allerdings nicht was der für ein typ hat das ist das problem daher versuche ich es mal einfach mal mit donnerblitz mal sehen wieviel schaden das macht ja ist doch schon mal ordentlich magnetflug setzt ein damit fliegt er jetzt und keine also und die brunenattacken wirken nicht mehr gegen ihn gibt mich aber jetzt hier eher weniger hat Luke geschafft wunderbar Level 57 damit holt er jetzt endlich auch mal ein bisschen auf so Kastelit ähm ja wechsel ich zu Finn wegen Käfer wohl war da nicht Käferpflanze äh Käferwasser stimmt hätte ich eigentlich gar nicht zu Finn wechseln sollen das war ein Fehler von mir da kriegt das Finn noch so hin wie man das merkt oh Felswerfer was ist das für eine Attacke kenn ich gar nicht natürlich sehr effektiv Typ Gestein Finn ist weg ach man Luke komm du wieder du kriegst den Rest auch noch hin ja mit Finn jetzt ein bisschen doof gelaufen was soll ich machen ja wär sogar normal effektiv Cheat und ein Amaldo was war denn das ich kämpfe einfach mal weiter was ist das für ein Vieh sag mir was aber den Typen kann ich überhaupt nicht einordnen ok Schützer kommt frohe Feutrafferquote war aber allerdings kein Feutraffer ja wir haben es letztendlich doch noch geschafft hier allerdings leider ist für einen Daumen gegangen kurz nochmal in Beute reingehen so wir kriegen nochmal eine Pro Nussbeere haben wir eigentlich von den anderen schon bekommen so Beleber brauchen wir eigentlich mal wieder ein paar Beleber nee nicht unbedingt so dann Kummermilch für 5 und Supertank für Luke gut gut geheilt geht es jetzt in den äh in den Tag würdest du ja sagen in den Start aber dann merke ich so das ist irgendwie grammatikalisch falsch ein Metallmantel so gut dann gehen wir mal weiter hier in die Tiefe okay ein Tor mit dem nächsten Trainer wieder ein Bergarbeiter Geowark Geowark Onix Stalos Geowatz Sie grüßen mhm nee Stalover den haben wir allerdings jetzt nur als wir das Pokémon gesehen hier aber wir können leider wieder nichts anfangen hier mhm obwohl bei Finn so eine Sache ich wechsle zu René in dem Stahltyp wäre eigentlich vorher sehr effektiv aber ich habe Angst wegen Wohnattacken natürlich ist Wohnen gegen René auch sehr effektiv aber René hält das halt noch ein bisschen leichter aus nicht so wie Finn wenn Finn eine eine Attacke abkriegt die sehr effektiv ist da ist Finn eigentlich meistens weg wenn es noch eine Stepp-Attacke ist dann meistens sowieso nicht immer nicht immer ich glaube bei Finn ist es eher so speziell ist er eigentlich ganz gut drauf sieht man ja wenn Spukball eingesetzt wird beim Gegner über den Finn eigentlich meistens aber wenn eine physische Attacke kommt dann sieht es schon anders aus siehe vorhin die Gesteinsattacke oh ne Bohnenattacke das war ja Bohnen oder was ne das war Gestein genau das war ja Gestein das war ja von diesen Kastenied da ist Finn dann ganz schnell weg so ein Nidoking ok da rüber zu Niko vom Typ Boden Gift und gegen Gift haben wir ja Zichertacken ein Nidoking und so diese Entwicklungsreihe ich weiß die haben glaube sehr sehr viele Fans aber mich konnten sie irgendwie nie überzeugen ich weiß nicht warum ich weiß nicht warum aber ich mochte die Pokémon nie gibt es eher Nidoking Nidoqueen und so weiter und so fort und dann natürlich dann Nidoriner weiblich Nidoriner männlich ich habe zwar keine so richtige Abneigung dagegen aber mir haben die Pokémon irgendwie nie gefallen mehr nicht so da unten ist ein Item schutzblock nicht mehr nächster Schutz das ist der nächste Trainer dort oben ist noch ein Hüllengang ich weiß jetzt nicht wo ich zuerst hingehen soll gehen wir mal kurz hier rein Panaero Höhle ok das Problem ist einfach dass ich hier blind herumlaufe die haben ich glaube immer noch nicht die TM Blitz ich glaube die hätten wir sowieso schon längst uns holen können aber da bin ich mal wieder ja entweder zu faul nachzuschauen oder ach ne wir haben die TM Blitz allerdings jemanden die jetzt hier beizubringen kann fast jeder ja lernen aber passt halt einfach überhaupt nicht ins Mythsit rein Panaero Höhle haben wir generell glaube ich noch gar nicht erkundet ok na gut egal dann geht es da ein anderes mal weiter wir gehen jetzt hier Richtung Süden und kämpfen gegen ein wildes Pokémon ja geil ein nass knet auf Level 57 Luke du brauchst noch schnell dein Level ab damit wir keine wilden Pokémon hier haben aber man muss schon sagen dass wir eigentlich kaum wilde Pokémon antreffen ich glaube Level 57 ist das höchste was wir hier antreffen können ich habe ja in den letzten letzten Part oder vorletzten Part ich glaube die Pokémon schon vorgelesen wow ein Dicta ich versuche es mal mit Luke Knirscher da setzt Schlitzer ein macht nicht so viel Schaden wie viel Schaden machen wir mehr wow na gut das ist ja nur ein Dicta so ein Macho mal rüber zu Niko vor dem müssen wir vorsicht vorsichtig sein bei der Entwicklung von Maschok und eigentlich mega stark also der hat starke Attacken bestimmt drauf da müssen wir ganz schnell eine Zischokinese gegenfeuern das überlebt er nicht sehr schön was Level 58 für Niko knapp daneben ist aber auch vorbei wenn man so schön sagt ein Wasserstein gibt es hier und Wanderer hat er noch hier gibt es auch nochmal ein Item bestimmt ist das hier eine TM die ich noch suche bestimmt gehen wir mal hier an den Wanderer rein währenddessen kann ich mal kurz PokeWiki aufrufen um zu sehen ob hier noch irgendein geiles Item zu finden ist Wendelberg ist das hier in Form einer TM oder so äh ne im Wendelberg gibt es jetzt erstmal keine TM mehr und es kommt ein Fletiamo ja geil da ist doch Luke genau richtig Psychokinese macht zu viel Schaden Foltreffer natürlich natürlich jetzt haben wir endlich ein Pokémon wo Luke eigentlich ging ganz gut ist kommt ein Foltreffer äh ne ne ja ich war jetzt ein Zufall ne ich wollte eigentlich Re und dann habe ich ne gesagt wegen nein aber das hat schon jeder kapiert aber ich wollte es trotzdem weiter ansprechen so dann weil ich es nicht akzeptiere dass Luke jetzt hier down gegangen ist Michel MbD einsetzen und dann mit Michel steinkante die neue Attacke einsetzen so keine Wirkung wir treffen sogar sehr schön das muss weg sein ja Volltreffer hat auch einen Volltreffer bekommen sehr schön ich möchte mal kurz was anderes schauen Geowatz ähm da bleiben wir mal bei Michel ok Erdkräfte Oh lol ich merke gerade dass ich hier das Bild umgeändert habe sorry dafür nun habt ihr es wieder richtig äh der Part ist eh allerdings fast vorbei was ist das hier ok ok paar Steine liegen da im Weg herum und sonst gibt es hier noch ein Item ein Pupostück aber sonst weiter nichts mehr oder wie ist das schutz weiterhin bitte einsetzen ok wir kommen hier rechts nochmal hin und hier ach das ist wahrscheinlich der Ort wo man uns hätte hingeführt vorhin ach gegen wilde Pokémon habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht die Zeit mehr daher drücke ich jetzt hier auch die Speed Taste mal und pack mal Jonas nach vorne der ist am liebsten gelevelt mit ne was ich dachte Jonas ist vorhin aufgestiegen vom Level her nein ist er nicht falls jetzt ein wildes Pokémon kommt gönne ich hier noch mal kurz die paar EP vielleicht möchte ich kurz schauen wo wir mit der Lore hinkommen zu einem Areal wo wir schon waren oder ein Areal was wir bisher noch nicht der Grunde haben so hier ist ja so komm wir mal ne hier waren wir noch nicht da gibt es einen Stärke Felsen den wir leider auch nicht bewegen können hier auch ach toll merkt besser ok gut meine lieben Freunde dann sehen wir uns im nächsten Part wieder ich gehe aufs screen jetzt zum Ausgang wo wir dann in diesem Part bei der nächsten Stadt weiter machen werden ich bin sehr gespannt wo das auch überhaupt liegt da habe ich keine Ahnung zu muss ja jetzt hier auch in der Nähe sein genau hier oben gut brauche ich jetzt ausgehen dann doch nicht da hingehen oder Moment wo waren das? wo waren das? na das war hier irgendwie aber anscheinend nicht aber dann geht es hier hoch und dann hier runter dann muss es hier gewesen sein genau und hier oben dann der Höhenausgang ok ich habe den Weg doch noch gefunden das finde ich sehr sehr super und dann geht es hier im nächsten Part weiter bis dahin und tschüss activities jetzt bis zum nächsten 1890